Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ursula Haas Ich lese heute aus meiner letzten Veröffentlichung, das ist ein Band, der heißt Zerzauste Tage, ein Jahr der Wirklichkeiten Es ist ein Tagebuch und in dieser Zeit von Pfingsten 2018 bis Pfingsten 2019 habe ich mir selbst die Aufgabe gestellt, jeden Tag ein kleines Notat zu schreiben Pfingstsonntag 2018 Hier steht ein Gedicht mit Boden, Decke, Flur, Tür, Wand, Dach, Balkon und Fensterscheibe Hier steht ein Gedicht und sagt, ich bin ein Gedicht Ich werde eins werden, ohne zu wissen, wie es aussieht, wie es sich anfühlt Sicher ist, hier steht ein Gedicht und sagt, hier steht ein Gedicht Heute Morgen hat es noch nicht gewusst, dass hier ein Gedicht steht Im Garten sind Pfingstblüten aufgeplatzt Auf dem Tisch floss die Butter unter der Sonne hinweg Mein nackter Fuß Die Ameisen en route Hier steht ein Gedicht Unsichtbar Mit breitem Grinsen und wilden Locken Keine Farben stehen in dem Gedicht Kein Mensch geht auf Reisen Kein Mensch singt, trinkt, wandert, jammert, kopuliert Hier steht ein Gedicht ohne Musik Ohne Mondschein, Abendrot, ohne einen Laut Hier steht ein Gedicht ohne Angst Ohne Ungeduld, ohne Zittern Niemand fährt mit dem Auto über das Gedicht Hier steht ein Gedicht Hier steht ein Gedicht Und mag einfach nicht mehr weiter Pfingstmontag Bilder verschieben An der hellgrünen Wand Meines Wohnzimmers Bilder meiner Vaterliebe Meines Mutterzorns Meiner braven Kinderjahre Ein Wand mit Gemälden Erzählt mein Leben Platzierung und Abstand zu mir Heimliches Lachen zwischen uns Verjährte Zeit 25. Mai Klage Eines Morgens ist sie da Wie ein Wundmal Das vergessen, verschwiegen, missachtet Vom Leben ist Getrennt von den Wurzeln meiner Zunge Luftnot Tonlos Barfuß Gehe ich durch den Raum Blicke durch die Fenster Und unter mir wachsen Weiße Heckenrosen Um Füße, Beine, Körper und Kopf Ich stehe Im Schmerz der tötenden Blüten Ich halte mich aus Bis ein Vogel gegen die Scheibe fliegt Abstürzt und mit sterbendem Blick Dem meinen begegnet 26. Mai Sonnenflecken Aus den Blumen fällt der Staub Roter Staub Ich tauche ein Ich tauche ein Und lasse mich los Ein wunderbarer Mai Tag 27. Mai Der Körper geht unter der Haut verloren Nimmt die Trauer auf Nimmt die Trauer auf, die schmerzlich die Haarspitzen erreicht Die Vögel antworten einander Und mir ist die Luft genommen Wie die Liebe, die nie mehr zu mir kommen wird Am Strand Die Fußspur unter mir Die Wellen des Meeres kommen und schlagen zu Und ich bin nichts gewesen als dieser Moment Leben O Poesie, warum bist du in mir geboren Und klingst für mich immer wie Glück Ein einzelnes schwarzes Haar vor mir auf dem weißen Tisch Es gleicht den verbogenen Weg Den ich gehe Herausgerissen Aus meiner Schädeldecke Wo Salamander und Kröten Blindschleich nisten Sinnlos Getümmel der Fantasie Im Garten wächst mein Schmerz mich zu Atem verloren Zorn bewegt Gegen das Schicksal Notschrei nach innen Die Golden Ages lachen Eine lila Rose im Kottotopf Zeigt meine Not Blut steht in meinen Beinen Ihr Schatten empfängt mein Schweigen Und befriedet meine Stille Ich ziehe das Stilett aus meiner Wunde Und begleite mein Dahingehen mit einem Lächeln 29. Mai Blau liegt die Luft auf mir Nach verkohlten Tagen Ein Pfiff der Amsel So laut Und so süß 30. Mai Schau Wie ich laufe Gegen die Liebe Die verloren mich einholt Im Traum 31. Mai Bilder aus dem Süden Es ist die Toskana Und wo ist der Esel geblieben Der störrisch Geliebte Kopfunter reite ich ihn durch das Mondfeld Da braucht es keine Sonne Da braucht es die Erde unter uns Und ich weiß Dass nichts bleibt Von dir Und mir Und doch Das Nichtsein Ist kein Nicht-Gewesen-Sein Es ist unser Augenblick Glück 1. Juni Ich will lernen Waren Mutters letzte Worte Bevor sie starb Vater träumte hinüber in den Tod Sein Gesicht war schön Und fern Und als der Tod eingetreten war Füllte sich der Raum mit Mörekes Gedichten Und die Engel Rilkes flogen durch die Luft Ich legte mich auf dem Boden des Sterbezimmers Und las dem Vater das Gedicht von der Birke vor Und eines von Hermann Löns, das er so liebte Wir wanderten durch die Heide Den Wald bei Maria Eck Ich tat einen Steinpilz in den Korb Als ein Schmetterling Das Pfauenauge wohl Sich auf meinen blonden Schopf setzte Hielten wir beide den Atem an 2. Juni Es soll ein guter Tag werden Sage ich heute zu mir Und schaue mir im Bartspiegel die Augen aus 3. Juni Ob Josef Bierbichlers autobiografischer Roman Mittelreich umgesetzt im Film auf der Leinwand Oder ob Charlotte Barra und ihr Ausdrucktanz Im Monte Verità in Ascona von mir intensiv recherchiert Mir endlich die Tür zum neuen Roman aufmacht Nur wenn ich für ein Thema brenne Wenn ich für meine Fragen Keine Lösung weiß Habe ich den Mut Ein Roman zu beginnen Ich sitze jetzt auf der morgendlichen Terrasse in der Sonne Und schaue mir die Biene an Und schaue mir die Biene an Wie sie sich in die blaue Ackelei vertieft Wenn ich meiner Tochter Bettina das Bild auf WhatsApp schicke Ist es für immer verschwunden Verschwunden Wie meine Gedanken Über einen neuen Roman 4. Juni Der Film vom Ambacher Schauspieler und Autor Bierbichler Josef Gestern im Sollner Kino angeschaut Schmerzschwere eines Nachtfalters ist das ganze Werk Russland 1944 Wir sehen auf der Leinwand Kinderaugen im Schlaf In Stop and Go öffnet sich der einzelne Kinderblick Der weiße Schlauch wird vom Auspuff In das Innere des Rotkreuzwagens geschoben Der Wagen ist die fahrende Gaskammer Der Wagen dreht seine Runde im Hof Einmal, zweimal Dann kommt die nächste Einstellung Ein totes Mädchen wird kopfüber in ein Eisloch geworfen Das Leben ist nicht gerecht Und Gott der falsche Trost Heute schließe ich die Sonne aus Die draußen scheint Denn das bin ich den vergasten Kindern schuldig 5. Juni Ein Tag des Nichtseins, der erholt 7. Juni Träume ich mein Leben oder Lebe ich mein Leben Das ist mein Konflikt Virginia Woolf schrieb ins Tagebuch Es gibt Zeiten des Nichtseins und Zeiten des Seins Ich erfülle mein Leben, wenn meine Poesie sich aus dem Leben heraushebt Ohne Zwang Ohne Zwang Ich warte nicht auf diesen Moment Auf dieses Loslassen von Leben Das sich in Sprache neu kristallisiert 8. Juni Wie wir es damals mussten Aber je länger diese schöne, schwere Zeit hinter mir liegt Desto mehr drängt es mich Sie nur für mich zu bewahren 10. Juni Die Monstranz unterm Baldachin zieht heute an meinem Haus in München-Sendling vorbei Fronleichnam verspätet sich bei Sankt Hedwig Eine Männerstimme singt laut und alte Frauen und Kinder antworten beherzt Mit zehn Jahren in Düsseldorf-Flingern zogen Marianne und ich im Kommunionkleid im Fronleichnamszug hinten nach und kannten den Text der Lieder, die heute mir völlig verloren sind Jetzt bin ich die Frau am Fenster Die zuschaut Und was mich einst fast fiebrig und schwankend vor Hoffnung dem nachfolgen ließ Was mich erheben, ja was mich besonders auswählen sollte Lässt mich heute über mich lächeln Ich liebte es damals in den Jahren nach dem Krieg Durch die Trümmerstraßen mit den Frauen der Heilsarmee singend durch die Düsseldorfer Altstadt zu ziehen Und ihr beherztes Jubeln hatte ich auch bald drauf Ohne ein solches Hütchen aufziehen zu müssen Diese Stadtgänge blieben mein Geheimnis Ich war damals etwa acht Jahre alt Ich lese aus dem ersten Roman, den ich geschrieben habe Und das war überhaupt mein zweites Buch erst Und es kam heraus 1986 Und dieser Roman hatte für mich als Autorin und vielleicht wahrscheinlich auch als Mensch große Folgen, weil daraus auch meine Arbeit als Librettistin wuchs Ich lese hier aus der Jugend der Medea eine kurze Stelle Und zwar die, wo sie ihre Tante, es war ihre Tante, die Zirze trifft Der Roman heißt Freispruch für Medea Und erschien damals im Limes Verlag Wärme lag in der Luft Die Klarheit des Windes und die Süße der Blüten füllten sie aus Medea war im März unterwegs, um die Samen der Herbstzeitlose zu sammeln Die sie auf dem vom Vater gerodeten Weinberg unter der Terrasse des Hauses einsetzen wollte Als sie die Keimzellen vorsichtig mit den Fingern abknipste Wurde sie unterbrochen In welcher Farbe blühen denn diese Blumen, Medea? Erschrocken von dem schrillen Klang einer Stimme, die auf sie herunterfiel Zog Medea ihren Kopf zwischen den Schultern und sah vor sich die Füße der Tante Langsam richtete sie sich auf Da sie auf dem Hang etwas höher als Zirze stand Schauten sie sich in die Augen Meine Blume hat die Farbe von Augenringen im Schmerz Und von Lippen, wenn du frierst, Zirze Sie haben die Farbe der Lieder von Ertrunkenen Und immer die des leuchtendsten Fliederbusches Zirze sagte nichts darauf Sie hatte Medea ein wenig ängstlich angesehen Und begann nun mit weit zurückgelehntem Kopf befreit zu lachen Ich dachte schon, du sammelst die Samen der weißen Blume Übrigens, wie alt bist du jetzt eigentlich, Medea? Ich bin gerade 15, circa Es scheint mir hier alle so einsam zu sein Gibt es überhaupt Freunde für dich? Die Blumen und die Sonne, die sind meine Freunde Verzeih die Frage, aber woran denkst du, wenn du hier so allein deine Pflanzen betreust? An die Erde und an den Mond, denke ich Als ich dich vorhin mit deinen Herbstzeitlosen sah Kam mir plötzlich meine Blume in den Sinn Die mit den schwarzen Wurzeln Und wie heißt deine Blume, Zirze? Dir will ich es verraten, Medea Es ist Moli, an die ich hier plötzlich wieder so stark denken muss Und ich stelle mir vor Sie riecht süß, antwortete Medea Wie kommst du darauf? Dein Gesicht hatte plötzlich einen ganz anderen Ausdruck, als du von mir sprachst Weißt du, Medea? Vor langer Zeit gab mein Freund Hermes mir die weiße Blume mit den schwarzen Wurzeln Dem Mann, den ich liebe Ah, dann ist Moli also eure Liebesblume Moli wächst nur bei dem Abnehmenden rund, Medea Dann ist sie aber eine Feindin des Mones, Zirze Ja, sie ist eine Feindin des Mones Und so eine Feindin der Liebe Das verstehe ich nicht, Tante Der Mann, den du liebst, hat sie dir doch gegeben Ja, Medea, wir können es nicht begreifen Moli war sein Amulett gegen mich Die wilde Raute gegen mein Bekenntnis O Zirze, verzeih, ich verstehe nicht ganz Aber bitte, Tante, lassen wir es Deine Vettern sind übrigens ihrem Vater Odysseus gar nicht ähnlich Sie sind frei und ohne Zwang Sie haben das Weiß der Moli Blüde in sich Und Weiß, das musst du wissen, hat alle Möglichkeiten Grenzenlos Jetzt springe ich etwas sehr weit Die Geschichte ist ja den meisten bekannt Medea rettet Jason Und hilft ihm das goldene Vlies zu bekommen Und flieht dann aus ihrem Elternhaus nach Griechenland Und dann beginnt die Tragik Und die Tragik beginnt dann in dem Augenblick Wo sie schwanger wird Und das Problem, wodurch Medea ja in der Mythologiegeschichte so negativ besetzt wird Dass sie nämlich die Kinder umbringt Weil Jason mit einer griechischen Prinzessin fremd geht Und Medea verstößt Also ich habe diesen Mythos verändert Ich bin die erste Frau, die überhaupt über Medea schreibt Einen Roman schreibt, aber auch kein Theaterstück gab es vorher Und hier möchte ich nur die Situation, wie sie schwanger wird Das ist das Kapitel 21 Der Biss in den Granatapfel Medea war schwanger Ihr Bauch wölbte sich Noch kaum und doch schob sie ihn vor ihrem Körper her Und hielt ihn manchmal wie ein Schild mit beiden Händen Das Nest in ihrem Körper zirrte und trudelte nicht Wenn aber Viviane ihre Amme an ihm horchte Schlug beiden laut das Herz Medea fühlte sich schwerer werden Sie war ein Haus mit Gebälk In dem sie das lebendige Glück spürte Sie wich oft in diese Unschuld aus Ein verborgenes Zwischenreich In dem sie sich selber empfinden konnte Nebel schloss sie ein und machte sie so zart Wie als Äußeres sich vergröberte Jason berührte sie nicht mehr In diesem Zustand Er kam ihr jetzt manchmal wie ein Prisma vor An dem sich ihre griechische Umwelt spiegelte Und in verzerrten Bildern immer undeutlicher wurde Sie stand in einem unbekannten Garten In dem das frühere Leben an ihr vorüber glitt Flüchtig selbst das Lächeln des Mannes zu ihr Aber auch Viviane und die vertrauten Frauen im Serai Wurde sie immer empfindsamer Nichts flammte in ihr auf in dieser Zeit Nur sie selbst Sie beobachtete Jason's übertriebene Bewegung Wie er mit Schwung seine Beine warf Kam er auf sie zu Wie er den Mantel vor seinen entblößten Brust Kraftvoll auseinanderzog Wie er durch seine großen weißen Zähne Mit seinen Taten prallte Mächtig kam er ihr vor Ein Denkmal in Hellas Selbstsicher waren auch die Gesten Die aus ihrer Vertrautheit kamen Wenn sie ihm über den bloßen Unterarm streichelte Fühlte sich seine Haut fest an Und er lachte jetzt lauter bei ihrer Berührung Du fasst mich ja an wie Asparsia in der Stadt Wie er dies erregt aussprach Entzog sie sich sofort Das Gefühl erstarrte Dass die Berührung Jason's in ihr immer früher ausgelöst hatte Die andere Frau Der Schock entfernte sie noch weiter von ihm Sie zog ihren Blick zurück Verlangsamte Schritte Handbewegung Aufstehen Hinsetzen Im Liegen schloss sie die Augen sofort Nur ihre Augäpfel bewegten sich Krebsgang Hinter ihr verflüchtete sich die griechische Welt Sie schloss sich ein Spiegelnde Wasserflächen Worauf die Argo schaukelte Efeu ranken um den Kopf des Absurdos Des Bruders Und die Lok sprach der Zirze Der Traum des Großvaters Helios Bei Sonnenuntergang Weiße, rote Seidenbahnen um ihr Herz gelegt Ein zärtliches Reptil Züngelte der Vater an ihrem Ohr Jason stand plötzlich da Und lachte wie die Lustkumpane des Aites Ich lese jetzt aus einer wissenschaftlichen Interpretation Und Beschreibung und Bearbeitung Dieses Medea-Romans Darin ist auch ein Monolog von der Dagmar Nick Die auch die Medea da in einem Monolog Also der relativ kurz ist Aber auch entscheidend ist Weil er eben eine feministische Grundhaltung hat Und es ist gearbeitet von einer Wissenschaftlerin Eine feministische Germanistin Wen Wen Quyn aus Shanghai Die ihre Promotion 2018 Bei Professor Braungart in Tübingen An der Universität gemacht hat Das Buch erschien zufällig auf meiner Amazon-Seite Sonst hätte ich es nie entdeckt Und deswegen jetzt ein Kommentar von ihr Zu diesem Buch Aus dem ich ihn vorhin gelesen habe Es gelingt den Medea-Adoptionen von Haas und Dagmar Nick Grundsätzlich den seit Jahrtausenden überlieferten Patriarchalen Mythos zu dekonstruieren Und eine weibliche Alternative dazu zu konstruieren Ihre Umschreibung des Medea-Mythos Trägt mit dem Rehabilitierungsversuch Der von der männlichen Überlieferung Dämonisierten Protagonistin Und der Diskussion der Möglichkeit Einer zwischengeschlechtlichen Synthese Einerseits zur Fortschreitung Einer weiblichen Genealogie bei Andererseits zur Überbrückung Der Opposition zwischen beiden Geschlechtern Daher lassen sich die beiden Adaptionen Als beachtenswerte Mythos-Varianten In der seit der Antike Andauernden Überlieferungsgeschichte betrachten Die von den feministischen Ansätzen Der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert Geprägt sind Das harschte Buch Ist ein Höhepunkt der feministischen Arbeit In den 1980er Jahren Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Von Hörbahn on Stage Ich bin Uwe Kulnick Und mein heutiger Gast Bei Literaturradio Hörbahn Ist Ursula Haas Ursula heißt Schriftstellerin Und Librettistin In dieser Sendung geht es um Mindestens zwei Bereiche Im ersten erfahren wir etwas Über Andromeda Eine Symphonie nach der altgriechischen Mythologie Für den sie den Text geschrieben hat Außerdem sprechen wir über das Werden Inhalt und Bedeutung ihres Buches Zerzauste Tage Und als drittes Wenden wir uns ihrem lyrischen Schaffen zu Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt Was uns die Ursula zu meinen Fragen erzählen wird Es ist sicherlich sehr spannend zu erfahren Wie sie ihr Leben in der Schriftstellerei gestaltet hat Ich denke auch die Zuhörer werden viel davon haben Dass sie hier ist Schön, dass du da bist Gerne Wir haben ja jetzt Niemand weiß es so genau Ob wir die Pandemie hinter uns haben Oder ob das nur so ein So ein Zwischenstadium ist Niemand weiß es Aber wie bist du persönlich bisher durch die Pandemiezeit gekommen? Ja, eigentlich muss ich sagen Erstaunlich gut Weil sie mir auch wieder ein neues Tor zu mir selber geöffnet hat Für mich war es auch eine Begründung Mich zurückzuziehen Und nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben Und auch Ich verpasse ja draußen nichts Und dieses introvertierte Schreiben wurde Und das ist ja das, was man als Autor Also wie man als Autor in seine Texte geht Oder sie erfindet Und das war eher gut Und ich neige auch nicht sehr zu Depressionen Ich bin vielleicht auch mal melancholisch Aber ich muss sagen Ich habe das bewusst ausgenutzt Nicht abgelenkt zu sein Und mein Unterrichten Ich unterrichte auch im Evangelischen Bildungswerk Das habe ich alles sehr, sehr gut per Zoom hingekriegt Fand ich oft also wirklich auch einfacher Als wieder hinzuhechten Und ich muss sagen Ich war jetzt nicht so, wie viele sagen Dass sie so depressiv waren Ja, das ist Jeder muss, glaube ich, seinen eigenen Weg finden Und es kommt auch ein bisschen darauf an Wie stark der, zum Beispiel, der ökonomische Druck ist Oder der Druck durch Kinder Durch die Familie Also ich lebe hier alleine Und ich habe schon auch diese Förderung vom Staat Die habe ich bekommen Gerade auch im zweiten Jahr Da kam eben mein Zerzaustentage heraus Und da hat der Verlag dann auch das alles bestätigt Dass es auch kein Schummel war Und im ersten halben Jahr Da konnte ich auch belegen Dass ich es auch brauche Und das hat geklappt Also ich fand das auch ganz gut Ich habe das so verfolgt Und natürlich muss sowas immer erstmal anlaufen Und die Verwaltung Und in Deutschland ist ja auch gut für Verwaltung bekannt Aber ich freue mich, dass das für dich so gut geht Ja, ich habe auch da mein Buch Mein neues Buch Das ist auch jetzt beim Verlag abgegeben Wobei wir gesagt haben, dass wir warten bis Ende des Jahres Weil die Zerzaustentage kamen natürlich mitten in Corona Und so, dass ich kaum Lesungen hatte Ich war einmal in Berlin und drei kleine Lesungen in München Und normalerweise mache ich richtig gute Lesereisen Also das war, insofern warte ich jetzt Das neue Buch geht, da geht es um Kunst und Kunstgeschichten Und da arbeite ich auch gerade noch dran Mit einem Freund, der eine Kunstzeitung hat Damit zu jeder Geschichte auch ein Bild kommt Und das ist sehr, sehr schwierig, was die Rechte betrifft Die Rechte sind immer ein großes Drama bei sowas Und es ist auch oft genug sehr teuer Sehr teuer Und da, ja, wie gesagt, da bin ich Da helfe ich dem Verlag jetzt ein bisschen Und auch Befindlichkeiten sind nicht wenig Und vor allem, wenn es um Farben geht Und manche, zum Beispiel der Kiefer Anselm Kiefer, der läuft alles nur über eine Galerie in Paris Also der hat gar nicht die Bilder nirgendwo gesettelt Aber ich habe auch einige Zeichnungen gefunden Und die so schön sind und die fast nichts kosten Ah, wunderbar Ja, man muss halt da ein bisschen gucken Das ist dann halt Arbeit, ne? Ja, 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 und das mache ich so zwischendrin Wunderbar Jetzt kommen wir vielleicht zu dem Thema Das hat mich am meisten fasziniert, als ich hörte Dass du dich damit beschäftigst Nämlich, du hast in den vergangenen Jahren mehrere Libretti für verschiedene Komponisten geschrieben Wie bist du Librettistin geworden? Ja, also ich wusste gar nicht, was ein Libretto ist Ich meine, okay, ich habe zwar irgendwann mal Germanistik studiert Und dann gehe auch ganz gerne in die Oper Aber wie alle Leute hört man auf die Musik Und liest nur die Zusammenfassung Ja, das ist Folgendes Und das hängt eben auch mit diesem Roman Freispruch für Medea zusammen Und ich würde denken, das ist so ein Glückspunkt Oder fast der wichtigste Glückspunkt In meinem Leben als Schriftstellerin 1986 ist das Buch herausgekommen Und in dieser Zeit suchte der bekannte Oder auch berühmte Komponist Und vor allen Dingen Intendant von Paris und Hamburg Suchte einen Text für ein Medea-Konzert Ich wusste von der ganzen Sache nichts Aber er war auf der Suche Und dann kommt eine Eloge auf den Medea-Roman mit der Frage Würde der Verlag, also der Liebesverlag mich freigeben Und hätte ich Lust für ihn ein Konzert zu schreiben Also für eine große Kantate singen sollte Den Medea-Text die Julia Varady Die Frau von Fischer-Diesgau Und so weiter Und ein großer Frauenchor hatte er geplant Und ein großes Orchester Also so groß wie ein Sinfonieorchester Ja genau, ein großes Sinfonieorchester Ich hatte keine Ahnung Ich habe gestaunt Der Verlag war begeistert Und wir kamen in Kontakt Und dann habe ich so drei Monate Habe ich gedacht Ja, wie mache ich das Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll Nur, dass er mir gesagt hat Die Medea soll in poetischer Weise In einer fließenden, schönen Sprache So wie ich halt angeblich schreibe Ihr Leben erzählen Ihr Leben mit Jason erzählen Den Kindermord Und aber er wünsche sich aus dem Buch Nur einen einzigen Satz Wer lieben kann, der kann auch töten Dieser Satz kommt in dem Roman vor Und sonst sei ich ganz frei Also jetzt nicht abkupfern das, was ich schon geschrieben habe Sondern wie mache ich das Hatte ich natürlich einen Vorteil Dass ich Lyrikerin bin Ich bin in die Medea hineingeschlüpft Das war ja nun sowieso schon Anteil von mir geworden Ich habe vier Jahre an dem Buch gearbeitet Da war ich ja drin Alle Quellen, alles hatte ich ja Quellen, habe ich mindestens zweieinhalb Jahre An den Quellen gesessen Vor allem an den antiken Quellen Aber auch an die Dramen Die seit Eurypedes geschrieben worden sind Okay, dann habe ich halt das so geschrieben Als sei es ein großes Gedicht Ja und das war Ohne jetzt irgendwie hier anzugeben Oder mich zu erheben Es war so gelungen in der Kombination In der Art, wie lieber man es komponiert hat Und es war wirklich in Hamburg In der, jetzt heißt sie Leitzhalle Damals sie ist die Musikhalle 89 kamen die raus Und das, da waren wirklich alle Zeitungen Nur geschwärmt, wie toll es war Ja, also insofern Ich bin naiv da hineingegangen Ich habe nur gedacht Wenn die Medea ihr Leben erzählt Dann erzähle ich es In der harschen poetischen Weise Für mich ist im Augenblick noch ein riesen Missing Link da drin Ja, aber das ist natürlich jetzt noch keine Oper Wollte ich gerade sagen Der kommt ja, der Schritt kam ja dann Das war ja nur für mich auch nur der Einstieg Das heißt, du hast, wenn du so willst, eine Art Ballade geschrieben Ja Und jetzt, wie geht es weiter mit so was Ja, okay Und dann war Das hing natürlich von diesem Wahnsinns Erfolg Da kriegte Liebermann Und ich anhängend Kriegte ich von der Staatsoper Hamburg Den Auftrag, eine Medea-Oper zu schreiben Und ich erinnere mich noch Wie die aufführen Es waren ja viele Inzwischen gibt es viele CDs Und eigentlich ist es eine Starrolle jetzt geworden Für Sopranistinnen, ja Das ist also, das ist ja Das ist also richtig Naja, und dann kriegten wir Ja, jetzt Dann kam der John Neumeier Den kennst du ja wahrscheinlich auch Den Tänzer In Hamburg Den berühmten Der kam, ich weiß noch Der stürzt auf und zu Bei euch geht es zusammen Wie bei Richard Strauss und Hofmannsthal Das ist so symbiotisch Wie ihr zusammenarbeitet Und das ist einfach Das ist wie ein Wunder, nicht? Naja, und dann hieß es Ja, und jetzt Wie mache ich es mit der Oper? Ja, und das heißt natürlich wieder Und da hatte ich ja Gott sei Dank auch etwas erfahren Weil ich hatte ja auch Theaterstücke geschrieben Also ich muss gestehen Ich bin da schon ein bisschen überheblich reingegangen Hab natürlich viel gelesen Ja, hab natürlich auch scheußliche Librette gelesen Und gesagt Also ich möchte Mein Ansatz war Ich möchte so Texte schreiben Dass man sie auch lesen kann Und dass man sich nicht gleich schüttelt Und der Liebermann Der hatte ja sehr viel Humor Und der hat dann gesagt Streng dich doch nicht so an Man versteht dich doch sowieso nie auf der Bühne Ja, da ist was dran Ja, ja, natürlich, klar Aber ich hab gesagt Nein, ich hab den Ehrgeiz Und dann Und dann Waren es eigentlich Hab ich natürlich Schon nach der Chronologie des Buches Also Medeas Kindheit, Jugend Da am Schwarzen Meer In Kolchis Dann Was sie für Für einen Jason getan hat Und dann ihre Zeit In Ihre Zeit in Griechenland Und Und natürlich auch dann die Abtreibung Und dann hat der Liebermann Was viele auch machen Ich wusste das natürlich wohl auch nicht Er hat dann Teile von dem Monolog Ja, also von diesem ersten Stück Hat er dann in die In die Oper mit reingezogen Aber eigentlich hab ich's gebaut Wie ein Theaterstück Ja Vielleicht bin ich immer noch viel zu weit weg Du hast jetzt Texte geschrieben In Form eines Theaterstücks Wie du selbst sagst So jetzt hat er aber doch Eine Musik komponiert Der hat erstmal noch gar nichts Ach, er hat noch gar nichts Das darf nicht sein Das ist eher umgekehrt Ja, natürlich Ich bin Ja, ich weiß das nicht Ja, ich bin Nee, das ist ja Also im Grunde ist es so Der Librettist Bringt meistens Den Stoff Er bringt die Struktur Er bringt auch das Tempo Denn es ist ja immer in der Oper so Es ist Dialog, Dialog, Dialog Und dann wieder steht einer Und singt um seine Befindlichkeit Das nennt man Arie Und das fällt mir ganz leicht Durch die Poesie Wenn da einer steht Und dann fürchtet er sich Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oder Jason Verliebt sich dann in die junge Kreuser Und dann kann ich mich da reinfühlen Also es ist schon eine Mischung aus Ja, aus spannenden Dialogen Wie es geht, dass die Handlung weitergetrieben wird Und Liebermann, das ist dann so Er kriegt von mir, jetzt sagen wir mal so ein Stück Was halt Aktionen auf der Bühne sind Und dann sagt er, so ruft er mich an Weil wir haben fast nur telefonisch gearbeitet Er lebte dann auch in Italien Habe ich gesagt, ja, sagte Ursula Das hast du sehr schön gemacht Aber ich würde dich bitten Könntest du die letzten drei Zeilen streichen Weil die möchte ich nur mit der Musik ausdrücken Also es muss eigentlich immer dieses Hin und Her zwischen Komponisten Aber der Librettist Der baut erstmal das Feld Ja Das hätte ich mir eigentlich genau andersrum vorgestellt Aber wenn du so willst Also böse gesagt Vertont der Komponist letztendlich Das geschriebene Wort So ist es Ja, so ist es Aber zum ersten Mal Und da kommen wir auf das Was du jetzt an dem Anfang angesagt hast Ich habe auch für Ich habe natürlich jetzt inzwischen Für einige Komponisten gearbeitet Auch mit zeitgenössischen recht Bekannten Und darunter gehört auch der Kommunist Paul Engel Und für den habe ich mal Das ist nach einer Geschichte von Bobrovsky Böhlendorf Und zwar ist das ein Hauslehrer Zur Zeit, glaube ich, 18. Jahrhundert Bei einer adeligen Familie Und der aber ein Revolutionär ist So ähnlich wie Lenz von Büchner Ja, so ist der Ansatz Und da hatte ich diese Geschichte Und die habe ich auch Wie ich ja meistens die Geschichten verändere Da verliebt er sich in die junge Mutter Der Kinder, die er da betreut Es muss ja auch ein Drama werden Und also sonst der Kampf gegen Kirche Und gegen den Adel Und dann der Liebeskonflikt war hier Aber da habe ich auch erst den Text gemacht Und Paul Engel hat dann komponiert Aber ich hatte jetzt Zehn Jahre keinen Kontakt mehr Zwischen Engel und mir Der war auch weggezogen von München Und der ruft mich eines Tages an Und sagt, ja Ursula Kannst du wieder für mich arbeiten Ich habe schon zu dem Thema Andromeda Ich bin so fasziniert von dieser Andromeda Ich habe außer den Namen Und dass ich wusste, dass es ein Stern ist Keine Ahnung gab Habe ich gesagt, ja du, wenn du schon die Musik hast Ja, wie soll denn das gehen, ne? Bitte versuch es Und so kam eigentlich vor einem Jahr Zum ersten Mal Auf mich als Libertistin Die Situation, dass ein Komponist sagte Ja, ich habe eine Symphonie Mit so und so vielen Personen Andromeda Und dann die Nereiden Das sind so Wassermädchen Und die unter Wasser da Irgendwie schönes Leben führen Und Poseidon Und das habe ich schon in meinem Kopf Und so komponiert Da habe ich gesagt Naja, da stehe ich aber jetzt da Und dann musste ich natürlich erstmal gucken Wer diese Andromeda war Das ist eine Auch eine mythologische Frau Hinter der aber eigentlich Ein Mutterproblem steckt Weil diese Cassiopeia Ihre Mutter Die tönt in die Welt hinaus Und zu Poseidon und allen Meine Tochter ist die schönste der Welt Und ich bin genauso schön Und sie ist also eine Angeberin Und hat diese griechische Sünde Die man Hybris nennt Und da wird sie bestraft Und sie lässt Sie entzieht sich die Mutter Aber ihre Tochter Andromeda Wird an einem Felsen bei Jaffa Also in Israel Wo die Jaffa-Orangen herkommen Da wird die hingenagelt Die arme Frau Und ein Ungeheuer kommt aus dem Wasser Ketäus und die Wellen Und so weiter und so fort Also das arme Mädel hängt da Und sie wird letztlich befreit Dann von Perseus Und Perseus hat ja eine Eine tolle mythologische Geschichte Und Und Das war natürlich Wo ich Was ich sehr spannend fand Bei Perseus Mit der Vorgeschichte von Perseus Und dann habe ich gelesen Ich muss natürlich immer alles erstmal lesen Und ich habe tatsächlich Durch die Medea-Arbeiten Eine wirklich gute Bibliothek Was Mythos betrifft Also vor allen Dingen auch sehr viel Wissenschaftlich Alle entscheidenden Sachen Habe ich da Und kann da schnell nachschauen Und Und dieser Perseus Der befohlt die dann Von dem Felsen weg Und fliegt mit ihr Nach Griechenland Nach Cerfäus Auf eine Insel Und sie ist immer noch Ganz bockig Was die Mutter betrifft Und ich verzeihe nicht Also es geht um Schuld Und Sühne Und Und letztlich Verzeiht sie Und Warum bin ich dann doch Zu diesem guten Schluss gekommen Weil ja Andromeda Cassiopeia Und auch Perseus Und Nereus Die hängen am Himmel Als Sternenkonstellation Und da habe ich mir so gedacht Also wenn die da oben So friedlich am Himmel hängen Dann können die nicht Bis an ihre Uhrzeiten Zerstritten sein Da muss auch ein Verzeihen sein Und das war für mich Eigentlich so die Spur Dass ich dann letztlich In den Dialogen Auch mit einem großen Ja zum Schluss Mit dem großen Gedicht Das alle singen So wie beim Rosenkavalier Wo sich alle Da kann er dann Der Komponist Und der Alles vermischen Und so war auch Seine Sein Ansatz Dass es letztlich Dann auch Ein gutes Ende hat Und wir haben Wie konnte ich das Er hat mir dann immer Passagen Beschrieben Was er da komponiert hat Beschrieben Also nicht schon mal gehört Am Klavier Oder so etwas Ich kann Ich kann Inzwischen Relativ gut Partituren lesen Aber Ich kann So einer Stimme folgen Aber ich kann nicht Die vielen Instrumente In meinem Kopf Zusammenbringen So weit bin ich Einfach nicht Und hab's ja auch Nie studiert Oder was Aber Es war Wir haben beide gesagt Es ist wundersam Dass es funktioniert hat Und das hängt natürlich Auch damit zusammen Dass der Paul Meine Schreibweise Paul Engel Meine Schreibweise kennt Und irgendwo Irgendwo ist es Symbiotisch auch Zusammengegangen Das ist erstaunlich Und das ist eine Stunde Eine Stunde Ja ich hab gesehen Das ist eine knappe Stunde Ja genau 53 Minuten Oder 58 Also Ein Wahnsinnsaufwand Eigentlich Und das führt mich Zu einer praktischen Frage Ohne dass ich jetzt Nach Marc und Fennig Fragen will Sondern einfach Das ist ja viel Arbeitszeit Das ist für ihn sowieso Wie war das finanziert War das irgendwie Du kriegst Auftrag Du kriegst Auftrag Also Liebermann hat natürlich Eine Riesensumme Von Hamburg gekriegt Und ich musste Ich musste natürlich Das war natürlich So meine Anfänge Weil es ist Wenn man jetzt Die GEMA Und ich hab natürlich Da auch Ich bin ja auch Anwaltsdochter Also ich hab mich Da schon schlau gemacht Da ist so Also der Der Komponist Kriegt den Auftrag Der kriegt Sagen wir mal 20.000 Oder Liebermann 70.000 Damals D-Mark Und dann musst du Als Libertist sagen Ja und was krieg ich Von dem Brocken Und das ist natürlich Eine Verhandlungssache Aber natürlich auch Hängt es nur davon ab Was du für einen Ruf hast Also ich arbeite Nie mehr unter 40% Also ich bin 40% Von dem Was der Jetzt kriegt Ah ja Wunderbar Und dann bin ich natürlich In der GEMA Da kriegst du natürlich Auch als Libertist Jedes Mal Wenn das so Aufgeführt wird Ja da krieg ich auch Jetzt Wenn auch Die Hölzki Habe ich Und ja wir haben Einige Leute Und jetzt kommen Das ist ja immer Bei zeitgenössischer Musik Kriegst du am Anfang Viel Und dann wird es halt Nicht mehr so viel gespielt Aber ich kriege natürlich Wenn es im Rundfunk Gespielt wird Oder wenn Oder CDs verkauft Das bleibt Also spannend Ich habe Das ist ein Markt So wenn man so will Wenn man es als Markt Bezeichnen möchte Das ist eine Gartung Speziell Keine Ahnung hatte Und das ist Ich finde das Wahnsinnig interessant Und Wie ist denn das dort Mit den Mit den Urheber Zeiten Ist das die gleichen Wie Ja Wie auch bei Normalem Schriftton Bei deinen Büchern Und so Das ist das gleiche Ja Aber ich könnte dir Weil wir ja nun Jetzt bei der Andromeda sind Nur dass du mal So einen Ton hörst Könnte ich gerne Jetzt Den Anfang vorlesen Da wollte ich gerade Zu kommen Genau Und dann Würde ich dich So bitten Also wie gesagt Es ist Solo Die Andromeda Perseus Die Nereiden Und dann ist Es Relativ viele Die Nereiden Sind glaube ich Acht Ja Und dann Ist es so Wenn ich Jetzt Nur Nereiden Dann gebe ich Dem Komponisten Das Recht Dass er jetzt Aus diesen Zeilen Immer wieder Was rausnimmt Und die Erste Nereide Singt dann Wir lieben das Wasser Und die zweite Singt jetzt das Also das muss ich Nicht dann Speziell machen Das kann er dann In seine Partitur So einfügen Und da machen wir Auch einen Vertrag Dass ich ihm das Recht gebe Dass er dann Auch vielleicht Die dritte Zeile Als erste Zeile Nimmt Okay Also er kann Das Werk In gewisser Weise Und in gewissen Grenzen Verändern Richtig Richtig Aber er muss Mich fragen Okay Und du kannst Auch sagen Nein Das nicht Das soll so Bleiben Ja Ich habe Also sagen wir mal Mit Liebermann Ja Da habe ich schon Auch oft gekämpft Aber ich habe Letztlich mich Natürlich Das war glaube ich Seine siebte Oder achte Opa Da habe ich mich Natürlich auf Seins verlassen Aber ich bin auch Störrisch Und da habe ich gesagt Oh das ist doch So schön Sagt er Hebt ihr mal Die Zeile auf Vielleicht brauchen wir Die dann im Chor So ne Das ist dann auch Handwerk Ne Ja Das ist spannend Das war mit Meine tollste Zeit Ja Es waren zehn Jahre Die ich mit Liebermann Gearbeitet habe Und dann zwischendrin Natürlich auch Kleinere Sachen Mit anderen Auch zum Beispiel Mit Adriana Hölzki Das ist ja Eine ganz hoch Ja Qualifizierte Ganz moderne Der habe ich Zur Farbe Blau Die wollte nur Die Farbe Blau Und dann habe ich gesagt Ja was stellst du dir denn vor Du musst den Text So schreiben Dass ich es ganz öffnen kann Die Musik Und Und Das ist Das ist mir gelungen Und dann hat sie gesagt Du Ich würde das Ganze Zertrümmern Und dann habe ich gesagt Du Ich 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 Schätze deine Musik Und du bist eine Tolle Komponistin Ja Ich gestatte dir das Und dann hat die das Zertrümmert Und die Die Sängerin Die hat gegurt Wie eine Taube Hast kein Wort mehr verstanden Hat manchmal nur Buchstaben Aus meinen Worten raus Aber das Das wird immer noch verlegt Und auch die CD läuft Ja Also das ist sowieso Wahrscheinlich etwas Was Was Wachsen muss Das miteinander Reden können Oder Ja ja Also ohne dass das geht Würde ich nicht machen Ich habe heute mit Paul Engel Weil er mir jetzt Einen neuen Auftrag noch Geht gehabt Und zwar über Der ist auch sehr Spirituell Interessiert Ich kannte zum Beispiel Gar nicht Die Religion Die indische Religion Des Zaratustra Ich kannte sie überhaupt nicht Außer das Wort von Nietzsche Und positiv Und negativ Also eigentlich das Prinzip Das dualistische Prinzip War damals schon Ich hatte keine Ahnung Und da lese ich mich jetzt ein Und schreibe ihm Einen großen Chor Also das ist Das passt auch zu dem Was ich noch fragen wollte Nämlich wie kommt man zu Aufträgen Das ist sein Ruf Das geht nur In nur Und über Man kennt sich sozusagen Weil Wenn man jemand Der aus dem Musikbereich ist Eine Oper hört Oder der fragt dann Wer ist denn da Der Librettist dazu Ja ja klar Und ah Verstehe ich Da muss ich aber noch was sagen Was heute leider Die Tendenz ist Ich würde sehr gern Für Reimann arbeiten Ich finde das ist ein wunderbarer Komponist Er ist jetzt schon sehr sehr alt Und ich habe ihn auch mal Persönlich getroffen Der kannte also Die Libermansche Und meine Medea In- und auswendig Weil er saß nämlich selber An einer Medea Mit dem Text Von Grillparzer Und dann habe ich gesagt Ich würde schon gerne Für sie mal arbeiten Weil ich einfach ihre Musik Wirklich Wirklich bewundere Und da hat er gesagt Frau Haas Auf mich dürfen sie gar nicht warten Und ich kann Ihnen auch sagen Von den meisten Kollegen Die meisten Komponisten Machen sich ihre Texte selber Die nehmen sich ein Drama Und ziehen sich dann daraus Was sie wollen Und deswegen ist es Also ich bin schon froh Wenn ich Aufträge habe Also es wird nicht Kein einfacher Job In keiner Richtung Nee aber du Ich habe ja ein paar Beine Gott sei Dank Aber ich mache es Ich arbeite sowieso gern Mit anderen Künstlern Das macht ja nicht jeder Jeder Literat Viele wollen ja nur so Vor sich hin puzzeln Und in ihrem Turm sitzen Und ich mache ja auch mit Bildenden Künstlern Jetzt habe ich einen sehr schönen Auftrag Von dem Schauspieler Ich kannte nur sein Gesicht Aber nicht den Namen Der heißt Stefan Kurt spielt in ganz vielen Tatorten Und was Und der malt auch Und jetzt hat jemand ihm Meine Gedichtbände gegeben Und er hat mich angeschrieben Und jetzt habe ich den Auftrag Zu Bildern Die er gemalt hat Abstrakte Bilder Und manchmal Fotos Die er dann übermalt Und dazu mache ich jetzt Texte Und das wird auch dann aufgeführt Und in Galerie Und bla 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 Also ich mache gerne mit anderen Kommen wir zum nächsten Thema Tatsächlich Nämlich auch ein weiteres Buch Das hier auf dem Tisch liegt Das Decameron 21.0 Zehn Schlaglichter einer Krise Da geht es um die Pandemie Geschrieben auch mitten in der Pandemie Genau Sehr gut Vielleicht magst du uns kurz erzählen Worum es in dem Buch Respektive in deinem Anteil In deinem Essay geht Ja, das war eigentlich nur noch Das Thema frei Und auch das fühlte ich mich auch nur Hingezogen Wie kommen Autoren Durch die Pandemie Und ich hatte Ohne zu wissen Dass ich mal einen Auftrag Von Herrn Choi kriege Hatte ich sehr viele Ausschnitte Von Autoren Gesprächen Die in den Zeitungen waren In der Zeit Und in der Süddeutsch Die hatte ich alle gesammelt Und das war eigentlich Erstmal die Basis Und dann war natürlich Meine eigene Meine eigene Haltung Wie komme ich selber durch Und diese Mischung Habe ich ja Da drin Geschildert Und dann wollte ich aus der Literatur Bücher Die solche Situationen Wo du eingeschlossen bist Die wollte ich Ja Beschreiben Interpretieren Und nennen Und da war War ja bekannterweise Die Wand Von der Haushofer Und das kennt man ja auch Aus dem Film Die also Eine Frau geht auf eine Hütte Und dann wacht sie morgens auf Und das ganze Areal Ist mit Glasscheiben Sie ist hinter Glasscheiben Und wie kommt sie da zurecht Und das Resümee Ist eigentlich das Wie kommt sie zurecht Indem sie sich In die Situation anpasst Da ist zum Beispiel Eine Kuh Erst ist sie verschreckt Ist eine Kuh Ja dann geht sie hin Und fängt an die zu melken Da hat sie auch was zu trinken Dann ist ein Hund da Sie kann Hunde überhaupt nicht leiden Aber der umschnurrt sie dann Und plötzlich hat sie einen Kompanion Und dann liebe ich seit langem Ein Buch von einem japanischen Autor Der auch mal den Nobelpreis gekriegt Das heißt Die Frau in den Dünen Und das finde ich Ich weiß nicht Das hat mich schon Vor Jahren Das ist glaube ich Ich weiß nicht Wann das rausgekommen Vor Jahren fasziniert Ein Schmetterlingsfänger Ein Wissenschaftler Läuft rum Und fängt Schmetterlinge Irgendwann ist er in der Wüste Fängt Schmetterlinge Und plums fällt er In ein Sandloch In ein Dünenloch Und da unten trifft er Auf eine Frau Die da unten lebt Und die kann nur überleben Wenn sie jeden Tag Den Sand nach oben schüppt Und dann kommt es eben Zu dieser Situation Viel verhält er sich dort Dann einmal sogar Haut er ab Aber er sehnt sich dann wieder Auf dieses Geschützte Und diese Situation Da unten Und dann kriegt diese Frau Auch noch ein Kind von ihm Also Ich fand das Es war unheimlich Ja Aber Dieser Mann Hat Dort so Seine innere Welt Nach außen gestülpt Er Der Schmetterlingsfänger War da unten glücklich Aber er musste auch Dafür was tun Er musste nämlich Jeden Tag Wasser schüppen Und einmal in der Woche Kommt ein Japaner Und bringt denen Das Essen runter Oder schüttet das Essen runter Und schüttet Wasser runter Dass sie da nicht verdursten Er bleibt Er hätte dann fliehen können Er bleibt da unten Und das ist schon Eine große, große Frage Das Buch ist jetzt glaube ich Ein Jahr irgendwie erschienen Und Ich weiß wie ich mich fühle Mit dem Was ich da abgeliefert habe Und wie fühlst du dich Mit dem was du abgeliefert hast Gut Gut Weil ich Ich hab Ja Also das was Was mir die Ich konnte Auch metaphorisch Ausdrücken Was die Was die Pandemie Auch mit mir Gemacht hat Und Ich bin auch eigentlich In dieser Stimmung Noch drin Also ich War da Ich hab da jetzt Nicht irgendwas Aus den Fingern gesogen Sondern Ich war sehr kreativ Und Hab mich wohl dabei gefühlt Das ist ja nicht immer so Wenn man so eine Auftragsarbeit Hat Mehr oder weniger Aber ich hatte ja auch Da lag ja noch mein Kunstbuch Da war ich ja noch gar nicht fertig Aber Das war auch toll Weil ich konnte ja Diese Gemälde Konnte ich mir im Internet Herholen Oder hatte selber die Kataloge Oder hab mir dann auch Also ich bestelle nie Bei Amazon ein Buch Aber gebrauchte Bücher Die Kataloge sind einfach billiger Und Kataloge sind schrecklich teuer Also da hab ich mir viele Kataloge Auch bestellt Ob es jetzt der Gantini war Oder Ach ja Verschiedene Es sind 17 Künstler Die ich da beackert hab Also es sind schon sehr Sehr verschiedene Dinge Die du tust Und das finde ich also Sehr beachtlich Tatsächlich Kommen wir vielleicht Zu dem Buch Aus dem du auch schon gelesen hast Nämlich aus den Zerzausten Tagen Was hat es damit auf sich Ich kann nicht mehr genau sagen Das war eben 2018 Dass ich irgendwie die Idee hatte Dass das Leben so fliegt Und jetzt im Älterwerden Ich doch merke Und auch weil ich eben doch Sehr bei mir bin Und ich lebe ja auch alleine Dass so Dinge immer so Man sagt neudeutsch Flashback mäßig Hochsteigen Und das fand ich Irgendwie spannend Und dann hab ich mal Mich einfach Von eben Pfingsten 18 Drei Monate dran Ich hab's einfach gemacht Und ich hab Einen Kreis Von Literaten Dass Wir treffen uns Beim Joanno Strasser Und seiner Frau Da sind Heidenreichs dabei Da ist die Morsbach dabei Da ist die Wir sind so 13 14 Autoren Die mal da sind Mal nicht Dann der Norman Dann Also Männer und Frauen Und jetzt auch Der Josef Brustmann Der Kabarettist Ist auch dabei Naja Und wir lesen dann Work in Progress Ja Und das Da geht's richtig zur Sache Also da Petra Morsbach Haben wir dreimal Romananfänge Die gehen nicht Da musst du neu rein Und die ist ja wirklich Eine exzellente Prosa Schreiberin Und dann hab ich gedacht Also Kinder Ich will euch was lesen Weil ich bin so unsicher Das ein ganzes Jahr Durchzuhalten Ob ich das Ja auch psychisch schaffe Ja und dann hab ich Da gelesen Wir waren damals Da waren wir Ja Anatol Renier Gehört auch dazu Der war auch der Der war auch schon mal In einer meiner Sendungen Und ja und dann waren eben Heinreichs dabei Und Strassers Mehr waren da nicht Naja ich lese und lese Und dann ist zu Ende Und dann stehen sie alle da Sitzen sie alle da Und starren mich an Und dachte ich Boah richtig durchgefallen Ja Ursula Was du dich da traust Und der Und der Und der Der Anatol sagt Ja aber dann erfahren die doch So viel von dir Hab ich gesagt Ja ist ja doch Ein Tagebuch soll es sein Aber ich will halt nicht Ausweiten Thomas Mann mäßig Wer mich alles besucht hat Oder was Sondern ich will schon Auf den Punkt bringen Was war an dem Tag Und deswegen jeden Tag Hein und Tat Und es war Es war War hart Es war wirklich hart Und Und dann war es natürlich auch Es geht ja auch so Hier habe ich mich zum Beispiel Zum ersten Mal geoutet Was Rolf Liebermann betrifft Ich habe natürlich Nie gesagt Dass wir auch eine Liebesbeziehung hatten Aber jetzt ist seine Frau tot Er ist lange tot Also Aber ich habe es so diskret Du hast ja die eine Stelle Jetzt auch schon gelesen Und Und auch was meine Kinder Betrifft Den habe ich es vorgelesen Und auch die Stellen Über meinen Mann Weil das war sehr schwierig Mein Mann war Dann sehr Vom Alkohol abhängig Und war sehr aggressiv Dann geworden Wie man das ja von Kennt Aber wie gesagt Ich kam aus der Ich kam da nicht raus Und ich wollte es schreiben Aber ich wollte es Diskret schreiben Also das ist natürlich Schon sehr mutig Hast du hinterher Die Texte So wie du sie geschrieben hast Tatsächlich veröffentlicht Oder musstest du was Oder hast du was rausgenommen Nee Rausgenommen habe ich gar nicht Ich habe Eigentlich mit meinen Kindern Diese Stellen haben wir Richtig abgeklopft Aber Ich hatte ja schon Vor Im Jahre 2004 Ist ja Das Drei Frauenbuch Herausgekommen Das sind drei Stränge Und der eine Strang Ist meine Autobiografie Und da habe ich ja Viel mehr anekdotisch Was da war Und wie halt Ich in der Beziehung Eigentlich vom Schreiben Abgehalten werden sollte Und auch ganz schlimme Sachen Und das brauchte ich ja nicht Hier waren es ja Und ich bin ja versöhnt Mit meinem Mann Im Inneren Und dann waren es eben Auch nur diese Flashbacks Das ist ja nicht mehr Dass man Wenn man was bearbeitet hat Wisse das ja nicht Dein Leid nochmal so auswalken Das wäre auch nicht mein Wesen Und Na ich Obwohl es eben Leider zu wenig Lesungen waren Aber ich habe von manchen Menschen Ganz lange Briefe gekriegt Weil sie selber Inspiriert wurden dadurch Glaube ich wohl Das macht immer viel Mit den Zuhörern So etwas Weil sie denken Ihr eigenes Leben ja mit Genau Und die sagen Boah Wenn die so Das sich so traut Und so Und bei mir war das Und es ist natürlich Auch ein sehr poetisches Buch Es geht sehr viel um Schreiben Und dann aber in Mexiko Gelebt hat Und mit einem Kubanischen Revolutionär Eine große Liebe hatte Und dann die Identität Dieses Mannes Angenommen hat Und dann Bei der Roten Hilfe Wirklich Gekämpft hat Die hat dann Eigentlich in die Kuba Lebenskrise Mich das eigentlich Und da müssen Da müssen sie Prosa schreiben Und da habe ich mein erstes Buch Da habe ich auch vier Jahre gebraucht Weil ich ja immer nebenher Familie hatte Mein Mann in der Praxis geholfen War ja nicht so Dass ich so als schreibende Hausfrau in der Ecke saß Die Kinder waren ja kleiner Unterrichtet habe ich auch noch nebenher Ja okay Und da habe ich ein Band Mit Erzählungen Abschiedsgeschichten Und der wurde sofort Von Liebes genommen Sofort In vier Wochen hatte ich War die Margrete Schlüter Die wunderbare Lektorin Die ja die letzte Lektorin Von Gottfried Benn war Also das war genau Der richtige Einstieg Und das war eben Anfang der 80er Jahre Naja und da begann Die Literatur Die Poesie Und Und die Dieser Anfang war So gleich Ja ich war sofort anerkannt Habe ja auch Über Das Literaturstipendium Der Stadt München Habe ich für meine Lyrik bekommen Was ganz selten ist Und Wenn ich jetzt Denke Ist immer Lyrik Kommt in Schüben Bei mir Und ich spüre das Körperlich Ich habe auch meistens Ersten Rhythmus Also gar nicht so die Worte Ersten Rhythmus Ich spüre einfach Ui jetzt Und dann Bin ich natürlich Inzwischen In Anführungsstrichen Schlau geworden Das musst du jetzt ausnützen Ja Und dann Schreibe ich meistens Im Augenblick Sind es Zyklen Wenn die ich schreibe Das ist Nicht abhängig von Stimmungen Im Sinne von Also ich zum Beispiel Schreibe Immer am Wildesten Und am meisten Wenn ich wirklich Richtig schlecht Darauf bin Nee Nee Das ist wie so ein Anteil Von mir Der dann raus will Das klingt wirklich Ein bisschen romantisch Aber okay Bei jedem ist an Und dann ist natürlich Der Punkt Dann heißt es nicht Dass das Gedicht Fertig ist Sondern dann Beginnt die Arbeit Dann lege ich es weg Und lege es mindestens Sechs Wochen weg Und dann drehe ich es Oft ganz um Oder nehme nur eine Zeile Und dichte weiter Also das ist Das ist ganz selten Das Was weiß ich Von den vielen hundert Gedichten Die ich geschrieben habe Sind vielleicht fünf Die gleich ausgespuckt Und okay Wunderbar Na vollziehen Natürlich Poesie ist Arbeit Das ist Arbeit Ja man denkt immer Viele Menschen denken Da ist Talent Das meine ich Und dann hat man das Das ist Es mag welche Menschen geben Bei denen das so ist Aber die allerwenigen Das waren Vielleicht in der Romantik Jemand Aber auch wenn du mal So ein Mörike Gedicht siehst Denkst du also Der wusste doch genau Als dritte Zeile Muss jetzt die Natur kommen Also das ist Als Dichter Musste ja auch schlau sein Das ist ja Es war schon immer schwierig Zu überleben Eben Wenn man sich überlegt Dass auch Goethe und andere Ihre Bücher Zum großen Teil Selbst bezahlt haben Damit überhaupt das mal rauskommt Oder sie hatten Waren Staatsdiener Irgend sowas Irgend sowas Ja genau Oder viele eben So genannte Hofmeister So wie Viele Also Herder zum Beispiel Sowas was ich letztlich auch mache Indem ich unterrichte Also ich unterrichte halt Nicht Deutsch und Englisch Sondern ich unterrichte halt Literatur Das war schon immer ein schwieriger Job Letztendlich Solange es den gibt Ja wenn man das Also ich will das halt machen Meine Mutter hat immer gejammert Weil ich habe ja Staatsexamen Für Deutschgeschichte Ja Hätte ich natürlich auch Ich hätte heute eine Bombenpension Und meine Mutter hätte mich gerne Als Perlenkettendame Als Oberstudienrätin Aber leider Leider bin ich abgesprungen Und deswegen war auch das Jetzt Das tausend Tage Diese Ja das sind ja im Grunde Wie so Schneeflocken Oder Sternenfunkeln Was aus so einem Leben Rauspoltert Das ist schon Also gerade jetzt In meiner Altersstufe Finde ich das Ganz wichtig Aber wie gesagt Im Augenblick sitze ich wieder An Libretti Und das finde ich ganz toll Das ist auch eine tolle Sache Vielleicht als letzten Punkt noch Du machst ja auch Veranstaltungen Oder Du unterrichtest Ja ja Du Seit zwölf Jahren Unterrichte ich im Evangelischen Bildungswerk Autobiografische Schreiben Das sind drei Kurse Das ist nicht jeden Monat Sondern jeden Halbjahr Sind es drei Viermal Und die Leute müssen sich auch Für ein Jahr anmelden Und toi 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 Also viele sind wirklich Die zwölf Jahre dabei geblieben Und das macht mir Spaß Die Erwachsenenbildung Macht mir Spaß Weil ich halt Weil ich merke Ich schenke denen Eine Möglichkeit Dass sie ihr Leben So schreiben können Dass es ihre Enkel Auch noch lesen werden Denn wenn die Wie die ankommen Und wie so ein Schulaufsatz Das haut doch Jede Sohn, Tochter, Enkel, Enkelin Um Gottes willen Was hat denn die Oma da geschrieben Nix wie weg Ja das ist ja auch nicht Verwunderlich Ja natürlich Ja und da habe ich Inzwischen wirklich Zwei Bücher Schon mit denen gemacht Jetzt kommt ein neues heraus Das letzte hat sogar Der Alitterer Verlag gemacht Isar Schönheiten Das habe ich vom Titel her gesehen Ja genau Und das ist sogar gelaufen Das Buch Naja und dann habe ich gedacht Die einzige Möglichkeit Die machen ja nur Die machen ja nur Bayerische Sachen Und da habe ich dann Aus zehn Jahren Die besten Bayerischen Geschichte Von meinen Teilnehmern Das sind also im Ganzen Ungefähr 50 Menschen Rausgesucht Und daraus hat der Alitterer Da hat ein Verlag Ein Buch gemacht Schön Aber das ist doch toll Oder Ja ja Also ich Herausgeberin ist auch nicht schlecht Ich finde sowas toll Nee also ich muss sagen Ich bin ja damals Nach der Referendarzeit Und im letzten Examen Habe ich gedacht Nix wie weg von diesen frechen Teenagern Und immer dasselbe Jedes Jahr Karl der Große Und nochmal Und nochmal Nee Und deswegen Habe ich ja am Anfang Habe ich nur meinem Mann unterstützt Wie er seine Habilitation schreiben wollte Die er nie fertig gemacht hat Und dann Habe ich gedacht So und jetzt Erwachsenen Und meine ersten Erwachsenen Das ist so schrill Da habe ich inseriert Ich würde ganzheitlich Menschen fördern Also Bekloppt Und da kam Von einem Siemens Direktor Eine junge Frau Die stammte aus dem Schwarzwald Aus einem Gasthaus Und sie war ungebildet Aber bildhübsch Und dann habe ich die trainiert Dass die Wenn dann die Die Gäste Bei denen waren Habe ich mit der Konversation geübt Ich bin mit ihr in Museen gegangen Ich habe mit ihr Klamotten eingekauft Und habe so ein ganzheitlicher Und dann wurde sie schwanger Und dann habe ich gesagt So jetzt lasse ich sie wieder gehen Toll Tolle Geschichte Das ist ja auch Fast ein kleines Buch Ja 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 Nette Geschichte Ne das ist in Ordnung Damit haben wir eigentlich schon Die letzten drei Fragen Die ich noch hatte Fast erledigt Vielleicht noch eins Was ich beziehe Mal auf diese Zerzauste Tage Wer sollte dieses Buch lesen Ja weil es natürlich vom Ansatz her Narzisstisch ist Und ich doch nicht so bekannt bin Wie Tagebücher Ja Thomas Mann etc Oder Walser Aber ich glaube schon Da es sich nicht so an Tagesaktualitäten festmacht Habe ich die Hoffnung Mehr kann man ja als Autor nicht haben Habe ich die Hoffnung Dass es den Leser inspiriert Für was eigenes Also ich denke Ich bin eigentlich Nur so ein Spiegel Und das kriege ich ja auch Also wer es liest Die staunen selber Was dieses kleine Buch Für Türen In dem Leser aufmacht Liebe Hörerinnen und Hörer Danke Dass sie uns wieder zugehört haben In dieser Folge Von Hörbaren on Stage War Ursula Haas Bei uns zu Gast Es ging um das Buch Zerzauste Tage Und Andromeda Zu dem wir jetzt kaum gekommen sind Ihre Arbeit als Librettistin Und als Schriftstellerin In der Zeit der Pandemie Wir haben interessante Details Aus der Welt der Libretto erfahren Wie die Corona Einschränkungen In das Kulturleben Und die Kulturentwicklung Eingegriffen hat Und wie Ursula Haas Und sicher auch viele ihrer Kollegen Damit umgegangen sind Ich bin Uwe Kulnig Und mein Gast in dieser Sendung Des Literatur Radio Hörbaren War die Schriftstellerin Lyrikerin Und Librettistin Ursula Haas Aus München Vielen Dank Ursula Dass du zu uns gekommen bist Wir viel über dich erfuhren Und ich dieses Gespräch Mit dir führen durfte Auch im Namen Unser ZuhörerInnen Herzlichen Dank Ich danke dir auch Uwe Ich danke dir auch